Hallo und willkommen zurück und wir machen uns gleich wieder auf. Akatsuki versteckt es ja nicht weit. Sind wir ja schon gewesen. Und ich hoffe das hat bald ein Ende. Ein Ende. Naja wir haben ja schon sehr viele. Wir sind wirklich top was es da angeht. Ja und im dritten Teil gibt es sowas ähnliches. So jetzt haben wir Puppenkämpfer als Gegner. Daedra wird bestimmt später vorkommen. Der ist ja noch nicht hinüber. Das sind Kopien ich weiß es genau aber was zum. Dieses Chakra ist total übel hier darf ich meine Deckung nicht vernachlässigen. Tja dann nehme ich Sakura. Und das hat den Vorteil Sakura ist halt nicht angeschlagen. Obwohl wenn ich mal die Charakter spielen muss sind sie angeschlagen. Dieses Chakra soll übel sein nur weil es ein Akatsuki ist. Ich sage immer Akatsuki deshalb über das Unik gesprochen. Oh oh feindlicher Angriff vergiftet. Ich lasse mich nicht treffen. Boah das ist sogar. Richtig übel. Und. So komm her du Puppenspieler. Aber gleich wieder Entity gelandet du Arsch. Eiii. Ach neck mich. Der ist gut. Der ist gut. Aaaaaah ja. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. So, ist auch gar nicht so schwer. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen, aber wir haben jetzt schon sieben Puppen eingesammelt und da sind zwei Barts und wir werden nochmal zwei eingesammeln. Nee, doch nicht. Die zwei sind ja ganz woanders. Egal. Es wird bestimmt bald auch... Kyo. Oder was war das? Puh, irgendwie habe ich es geschafft, diese Puppe zu bekommen. Aber irgendwie hatte ich bei der ein anderes Gefühl, als bei denen, gegen die ich bisher angetreten bin. Vielleicht liegt es daran, weil es ein Boss war. Aber das war der erste richtige Boss. Nee. Gab schon einen. Deidera. Kakashi kann man auch noch... Naja, kann man eigentlich nicht so wirklich als richtigen Boss bezeichnen. Immerhin. Das war nur der Testlauf eines Bosskampfes. Um zu zeigen, wie ein Bosskampf aussieht. Und jetzt können wir uns endlich der Mission widmen. Und ich kann Sai überhaupt nicht leiden. Wer kann ihn leiden? Niemand. So. Den habe ich es gegeben. Komm. Auch mal hier beten. Das hilft schon mal, um bessere Gegenstände zu bekommen. Oh, eine Perle. Wann ich die Perlen erkenne ganz einfach? Die liegen einfach hier rum. Das ist ein bisschen. Was ist das? Was gibt es denn hier? Oh, Nick. War das? Rote Ohn? Hatte ich glaube schon mal. So, 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 Tentschkyo, okay? Okay, ich werde hier eine Pause. Warum? Das war's für heute. Dann können wir uns vorstellen. Name und夢, oder? Ach so. Der Name ist Uchiha Sasuke. Es gibt viele Dinge, aber es gibt viele Dinge. Ich denke, dass ich das Gefühl habe, dass ich das Gefühl habe, aber ich glaube, dass ich ein Mann verletzt habe, dass ich einen Mann verletzt habe. Ich kann mich nicht verletzen. Du bist schrecklich. Sasuke... Ich habe etwas überrascht, aber... Was? Warum hat er so viel zu sagen, Sasuke? Ich habe mich auch nicht so gehalten, wie ich das so. Ich glaube, dass du mit Sasuke-Sasuke-Sasuke-Sasuke bist. Ich weiß nicht, dass du auch das wichtiges Menschen bist. Es ist nicht so, dass du das Gefühl hast. Nein, das ist das alles. Was? Es war ein paar Leute, aber ich hatte auch einen Anni-Ani. Ich hatte auch einen Anni-Ani. Ich wusste nur, was ich fahre. Das war ein paar Mal. Das ist ... Es war mir ... So, ich habe keine Ahnung, dass ich das Gefühl habe. Sei! Yamato, ich bin jetzt bereit. Ah, das stimmt. So, gehen wir auch. Sei! Was ist das? Wenn du dich, wenn du dich, um Sasuke zu retten, dann kannst du dich nicht schiefst. Sakura, du bist für Naruto-Geräusche... ...und du so, wie du das Gefühl hast, wie du das Gefühl hast. Was machst du denn? Okay, dann weiter geht's. Ah, ist doch schon die Brücke. Also es war auf jeden Fall eine Brücke. Kahnnuss. Okay. Noch ein bisschen Kleberharz. Was haben wir hier? Heilkraut. Ist auch immer schön. Noch ein bisschen Glück. Und mal kurz speichern. Weil wir ja nichts Besseres zu tun haben. Nein. Deswegen will ich nicht so gerne speichern. Er speichert eigentlich ja automatisch. Ah, das ist die Brücke. Na dann. Showtime. Das ist die Brücke. Jetzt kommt es hier. Ihr seid bereit? Ich bin bereit. Dann gehen wir nach dem Nartos. Dann gehen wir nach dem Nartos. Ich werde mit dem Säß und rauskommen. Ich werde mit dem Säß. Ich werde mit dem Anrufen. Dann gehen wir nach dem Anrufen. Ich werde mit dem Anrufen. Entschuldigung. Entschuldigung! Es ist schön, Sasori-Sama. Entschuldigung. 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 Ich mache mir Ablade an, aber ich werde den S.A.L.A. ...азwisch... Oder ich werde den S.A.L.A. ...diet الرitis zu machen... ...dietbrar mich an meinen Kontrollen... Doch ich werde die END 통 requisitionen, aber... ...diet ich mich an? ...das ist mein Fantasch... ...deine đâu, oder? Oh Gott, du bist ein Spanier. Ich bin immer noch ein Spanier. Ich bin immer noch ein Spanier. Ich bin nur ein Spanier. Ich bin nur ein Spanier. Okay, ich bin immer noch ein Spanier. Ich bin immer noch ein Spanier. Ich bin immer noch ein Spanier. Ich glaube, dass ich ein wenigstens. Sie sind ein Kind. Ich lass mich, Sasuke, du! Ich lass mich nicht, NARUTO-Kund. Ich kann es nicht mehr auf dem Motto. Sasuke hat mir zu sein, und ich will, ich will. Ich bin sehr schwer, weil man nicht so lange. Ich will, dass Sasuke es so wissen. Oh, super. Ich will mich von mir herausfinden. Ich kann es sein. Aber... Los geht's! Na, super. Na, Naruto! Oh, ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Ich kann nicht weitergehen. Panta! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, du hast du mit Naruto zu spielen. Wenn du dich verletzt hast, dann kannst du dich verletzt. Oh Gott! Nein, das ist ein bisschen anders. Ich glaube, es ist nicht so, dass wir uns nicht in den Kampf haben. Man hat unsere Tarnung entdeckt, aber es wäre so oder so für Sasori nicht gerade gut ausgegangen. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh ja, ist das jetzt ein Bossfight oder ist das kein Bossfight? Werde ich ja sehen, aber ich bin wieder voll Heals. Sehe ich ja, wenn die Zustandsveränderungen nichts bringen, müsste ja das stehen. Ich weiß, dass ich gegen Orochimaru auf jeden Fall ein Bossfight haben werde. Äh, jep, das ist eins. Jawohl, jetzt gibt's hier erstmal volle Breitseite, ja. Aua. Und haja. Wenn schon das Ultima-Dieberasen gar nicht funktioniert, dann das. Hier ist es. Oh oh, nächste Stufe. Ich denkst, dass es funktioniert gegen mich. Nice try. Ah ah. Ha ja. In your face, motherfucker. Der ist so widerlich, der Typ. Oh oh, hör auf. Naruto, übertreibt nöt. Ey Junge. Nicht zum Neunschwänzigen werden. Äh. 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 Iiiii. Jupp. Das ist jetzt. Kampf. Äh, wie kämpfe ich den nochmal? Naruto gegen Orochimaru, konzentriere deine Angriffe auf Orochimaru direkt Aber passe auf, Schlangenschwärme auf Besiege sie, bevor sie dich umzingeln Gewegen Chakra Gewehr, Chakra Kanone Bei Max Chakranzeige So, stirb Ja, Hilfe Au Ah, da nimm, da nimm, da nimm Ah, stirb, stirb, stirb Hm Dieser Kampf ist immer noch heftig Alter Ushimaru stirbt Oh 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 Ja, ich hab... Ich glaube, das war's. Ja, ich hab keine Chance wegen diesem Horoshimaru, ne. Leck mich. Okay. Wir versuchen's im nächsten Part einfach wieder. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Bye-bye. Euer Svenita.